Herzlich willkommen zur Demo von Checkerberry Web. In diesem Video sehen Sie, wie schnell und einfach Sie mit Checkerberry Ihre Web-Anwendungen testen können. Für die Demo verwenden wir eine einfache Bibliotheksanwendung aus dem Apache-Wicked-Projekt. Als Startseite verwendet die Anwendung einen Login-Screen. Mit dem Benutzernamen Wicked und dem Passwort Wicked kann man sich an der Anwendung anmelden. Auf der nächsten Seite sehen wir eine kurze Auflistung von vier Büchern. Wenn wir auf einen Eintrag klicken, erhalten wir eine Detailansicht. Die Anwendung ist sehr einfach gehalten, stellt aber dennoch einen sehr üblichen Aufbau dar. Bevor wir uns ansehen, wie wir diese Seite mit Checkerberry testen, werfen wir einen kurzen Blick auf Selenium. Selenium ist ein mittlerweile sehr etabliertes Open-Source-Projekt zur Testautomatisierung. Selenium verfügt über verschiedene Unterprojekte, die unterschiedliche Aspekte der Testautomatisierung unterstützen. Checkerberry Web selbst verwendet Selenium RC und WebDriver für die Fernsteuerung der Browser-Instanzen. Mit Selenium IDE stellt Selenium ein Tool zur Testaufzeichnung zur Verfügung. Generell bergen diese Capture & Replay-Tools sehr hohe Risiken, die wir am Beispiel von Selenium IDE aufzeigen wollen. Im weiteren Verlauf dieses Videos sehen Sie, warum diese Risiken bei Checkerberry Web keine Rolle spielen. Schauen wir uns also noch einmal die Beispielanwendung an. Ich starte die Selenium IDE, um die Aktionen in der Anwendung aufzuzeichnen. Zunächst melde ich mich wieder mit den Login-Daten Wicked und Wicked an. Ein Blick in die Konsole der Selenium IDE zeigt die aufgezeichneten Schritte. Man sieht, dass ein Testgerüst erstellt wird, das eine erneute Ausführung der Testaufzeichnung ermöglicht. Dies ist auch die Idee hinter Selenium IDE. Der Benutzer zeichnet einen Ablauf auf, speichert diesen Ablauf als Test ab und kann ihn beliebig häufig wiederholen. Wir gehen zurück zu der Beispielanwendung, wählen einen Eintrag aus und klicken auf den Link. Auch dieser Schritt wurde in der Konsole aufgezeichnet. Wir werden später einen detaillierten Blick auf den aufgezeichneten Test werfen. Zunächst werden wir uns jedoch ansehen, wie dieser kurze Testablauf mit Checkerberry Web umgesetzt wird. Als erstes legen wir eine neue Testklasse an, DemoWebTest. Diese Testklasse lassen wir von AbstractDemoWebTest erben, die wir uns kurz ansehen. Diese abstrakte Testklasse hat selbst keine Oberklasse. Generell ist es so, dass Checkerberry keine Vorgaben bezüglich der Testklassenhierarchie macht, damit Checkerberry möglichst einfach auch in bestehende Testklassen integriert werden kann. Zudem ist es so möglich, verschiedene Module des Checkerberry Testcenters zu kombinieren. In der Setup-Methode erfolgt die Initialisierung von Checkerberry Web. Ausführliche Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch oder in dem Beispielprojekt auf der Checkerberry Webseite. Kommen wir also zurück zur DemoWebTestklasse. Zunächst definieren wir über die Annotation TestURL, welche URL getestet werden soll. Die URL kann auf Klassen- und auf Methodenebene definiert werden. Checkerberry Web sorgt dafür, dass in der Setup-Phase des Tests ein Browser gestartet wird, der die Seite zu dieser URL lädt. Wenn die Testmethode aufgerufen wird, kann dort direkt mit dem fachlichen Teil des Tests begonnen werden. Legen wir nun also eine Testmethode an, TestLogin. Da wir in diesem Beispiel JUnit4 verwenden, wird die Methode noch als Test annotiert. Wir können den Test jetzt schon starten und sehen, dass ein Browser mit der angegebenen URL gestartet wird. Welcher Browser verwendet wird, kann einfach konfiguriert werden. In diesem Beispiel verwenden wir den Firefox. Es ist im Übrigen auch möglich, den Browser von außen zu setzen. So kann beispielsweise der Browser innerhalb eines Hudson- oder Jenkins-Projekts definiert werden und dieselben Tests so mit unterschiedlichen Browsern ausgeführt werden. Innerhalb unseres Tests können wir nun die eigentliche Testlogik erstellen. Checkerberry Web verwendet dazu einen Modellansatz, der auch unter dem Namen PageObjectPattern bekannt ist. Dazu werden Modellklassen für die Webseiten oder auch für einzelne Webkomponenten erzeugt. Zunächst klingt das nach einem großen Aufwand. Es ist jedoch so, dass die Erstellung der Modellklassen sehr schnell und einfach ist. Darüber hinaus bietet dieses Vorgehen so große Vorteile, dass der geringe Mehraufwand mehr als gerechtfertigt ist. Legen wir also eine Modellklasse für die Login-Seite an, Login-Page. Diese Klasse muss von Abstract Remote Control Page erben, die eine Reihe von Standardfunktionen bereitstellt. Wir überschreiben den vererbten Konstruktor mit dem Context Provider als Parameter. Jetzt fehlt nur noch der Zugriff auf die Elemente der Login-Seite, die wir für den Test benötigen. Das Textfeld für den Benutzer, das Passwortfeld und der Login-Button. Die Komponenten werden jeweils über eine eigene Methode zur Verfügung gestellt. Wir legen für den Benutzernamen die Methode CreateUsernameField an. Der Rückgabewert ist vom Typ RemoteControlComponent. Dieses Objekt kann als Fernsteuerung für das entsprechende Element auf der Webseite interpretiert werden. Alle Methodenaufrufe auf dieses Objekt werden direkt auf der entsprechenden Komponente im Browser ausgeführt. Um das RemoteControlComponent-Objekt zu erzeugen, benötigen wir lediglich einen Lokator, um die Komponente innerhalb der Webseite zu finden. Hier werden direkt die Lokatoren von Selenium verwendet. Es gibt viele Möglichkeiten, um diese Lokatoren zu bestimmen. Sie können die Lokatoren unter anderem direkt aus dem Quelltext der Webseite entnehmen oder auch die Selenium IDE für die Bestimmung der Lokatoren nutzen. Für den Benutzer verwenden wir den Lokator Name gleich Username. Damit ist die Methode bereits fertig. Für das Passwort und den Login-Button machen wir es genauso. Es ändern sich lediglich der Name der Methode und der Lokator. Sie sehen also, dass die Erstellung des Modells sehr schnell und einfach ist. Jetzt können wir das Modell in unserem Test verwenden. Wir erzeugen eine neue Login-Seite mit der aktuellen Testklasse als Context Provider. Dann greifen wir auf den Benutzer zu und tippen Wicked in das Feld. Das gleiche machen wir für das Passwort-Feld. Dann rufen wir die Methode Click & Wait for Page auf dem Login-Button auf. Schauen wir uns nun an, was passiert, wenn wir den Test starten. Wir sehen, dass die Login-Seite aufgerufen wird, die Login-Daten eingetragen werden, der Login-Button gedrückt wird und wir dann auf die Übersichtsseite gelangen. Es passiert somit genau das, was wir in der Testmethode lesen können. Das wirkt wenig überraschend, ist jedoch ein sehr wichtiges Detail. Die Lesbarkeit der Testmethoden ist ein Riesenvorteil des Modellansatzes. Zum einen vereinfacht diese Tatsache die Wartung der Tests, da jeder Entwickler in der Lage ist, die Tests nachzuvollziehen, anzupassen und zu korrigieren. Zum anderen vereinfacht dies auch die Testerstellung, da die Tests einfach runterprogrammiert werden können. Sie sind somit sehr effizient bei der Testerstellung. Vervollständigen wir den Test. Das Modell für die Übersichtsseite haben wir bereits vorbereitet und können es direkt im Test verwenden. Wir erstellen ein neues Objekt der Books-Page und greifen auf den Link eines Eintrags zu. Die gewünschte Zeile übergeben wir als Parameter. Wir überprüfen, ob der Link den erwarteten Text enthält und klicken dann den Link an. Jetzt starten wir den Test erneut. Wir loggen uns ein, kommen auf die Übersichtsseite und gehen dann auf die Detailansicht. Alles wie erwartet. Wir hatten zu Beginn des Videos den gleichen Ablauf mit der Selenium IDE aufgezeichnet. Vergleichen wir die Ergebnisse miteinander. Die Ähnlichkeit der beiden Ansätze ist erkennbar. Allerdings ist der Modellansatz durch die klarere Namensgebung besser lesbar. Die Lesbarkeit des aufgezeichneten Tests ergibt sich lediglich aus den Namen der Lokatoren. Dies erkennt man bei dem Buchlink, der sehr kryptisch ist. Stellen Sie sich vor, alle Ihre Einträge sähen so aus. Ihre Testfälle wären nicht lesbar und kaum wartbar. Sie müssten dann in der Regel bei Fehlern die gesamte Testaufzeichnung wiederholen. Ein sehr ineffizientes Vorgehen, was oftmals der Grund ist, warum die Testautomatisierung in solchen Projekten wieder eingestellt wird. Weiterhin fällt auf, dass in dem aufgezeichneten Testfall sehr viele redundante Informationen vorhanden sind. Während in dem Modellansatz die Lokatoren für ein Web-Element wie zum Beispiel dem Login-Button nur an einer Stelle verwendet wird, wird der Lokator in der Testaufzeichnung immer wieder neu angegeben. Ändert sich der Lokator im Laufe der Entwicklung, müssen sehr viele Tests angepasst werden. Innerhalb des Modellansatzes muss jedoch nur das Modell angepasst werden und nicht die Tests. Das ist deutlich schneller und weniger fehleranfällig. Da die Lokatoren innerhalb der Testaufzeichnung als Strings angegeben werden, kann man dort nur durch Suchen und Ersetzen schnell viele Änderungen vornehmen. Das birgt jedoch die Gefahr, dass auch Lokatoren geändert werden, die gar nicht geändert werden sollten. Gerade bei vielen Testfällen und kryptischen Lokatoren kann das zu erheblichen Problemen führen. Weiterhin sehen wir, dass der Timeout von 30.000 Millisekunden in der Testaufzeichnung mehrfach wiederholt wird. Diese Redundanz wird in Checkerberry-Web umgangen, indem diese Werte einmalig in der Konfiguration definiert sind. Ein weiterer Vorteil des Modellansatzes liegt in der Flexibilität, um zum Beispiel häufig genutzte Funktionen wie zum Beispiel Click and Wait for Page to Load zusammenzufassen. Genauso verhält es sich mit Zugriffen auf Tabellen oder Listen. Während bei der Testaufzeichnung der Zeilenindex direkt angegeben wird, kann in dem Modellansatz die Zeile als Parameter übergeben werden. Auch das erhöht die Les- und Wartbarkeit. Einige der genannten Vorteile kann man auch durch die Bearbeitung des aufgezeichneten Testfiles erreichen. Allerdings verliert man dann den Vorteil der Aufzeichnung, da die Nachbearbeitung einen sehr hohen Aufwand erzeugt. Der Modellansatz ist da viel effizienter. Da sich der Entwickler in seiner vertrauten Umgebung befindet, kann er sein ganzes Wissen für die Testerstellung nutzen. Generelle Methoden können ausgelagert werden. Das Einloggen könnte zum Beispiel in die Methode LoginDefaultUser in die Modellklasse ausgelagert werden, die von jedem Test wiederverwendet werden kann. Über die Suchfunktion der IDE kann man schnell herausfinden, welche Webkomponenten in welchem Test verwendet werden. Wenn sich Felder von einer Webseite in eine andere verschieben, kann diese Verschiebung ebenfalls in den zugehörigen Modellen vorgenommen werden. Es erscheinen dann Kompilierfehler, die den Entwickler sofort auf zu korrigierende Tests aufmerksam machen. Wenn sich der Bezeichner für ein Web-Element ändert, zum Beispiel UserField anstelle von UserNameField, kann das Feld einfach in dem Modell umbenannt werden, was sich sofort auf alle Tests auswirkt. Die große Herausforderung bei der Erstellung von Oberflächentests besteht nicht darin, schnell laufige Tests zu erstellen. Das ist sogar mit Capture & Replay Tools schnell erreicht. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, nachhaltige Tests zu erstellen, die über Monate oder Jahre hinweg lauffähig bleiben. Die meisten Projekte scheitern bei der Testautomatisierung ihrer Oberflächen an der Wartbarkeit der Tests oder nehmen hohe Aufwände bei der Wartung in Kauf, um den hohen Nutzen der Testautomatisierung nicht zu verlieren. Checkerberry Web ermöglicht eine sehr effiziente Testautomatisierung für Ihre Web-Anwendung zu geringen Kosten. Durch die Verwendung des Page-Object-Patterns bleiben die Tests sehr übersichtlich und wartbar. Die Erstellung der Modelle ist durch die Unterstützung von Checkerberry ebenfalls sehr schnell und einfach. Da zusätzlich die technischen Aspekte der Tests in Checkerberry gekapselt sind, können Sie sofort mit der Testerstellung beginnen. Natürlich können Sie Checkerberry Web nach Ihren Wünschen konfigurieren, um zum Beispiel den Browser festzulegen. Die Standardkonfiguration ist jedoch völlig ausreichend, um direkt loszulegen. Checkerberry Web verfügt über weitere Features wie Browser-Wiederverwendung oder die Verwendung von mehreren Browser-Instanzen in einem Test. Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Checkerberry-Webseite. Wenn Sie sich selbst einen tieferen Einblick verschaffen möchten, installieren Sie sich gern die Beispielprojekte von der Checkerberry-Webseite. Die Installation der Beispielprojekte ist sehr einfach und die verwendeten Testklassen sind für ein schnelles Verständnis umfangreich dokumentiert. Vielen Dank für Ihr Interesse und weiterhin viel Spaß und Erfolg wünscht Ihr Checkerberry-Team.